So, hallo Leute, hier, ich bin's wieder, Robin und das neben mir ist Nico und das ist mein Trainingspartner, von dem wird jetzt auf dem Channel auch noch ein bisschen was kommen und jetzt stell dich mal vor, Nico. Ja, hi Leute, mein Name ist Nico, ich bin 19 Jahre alt, Natural Bodybuilder, mach mit Robin zusammen ein Training. Ja, und also wir haben uns vor drei Monaten kennengelernt und seitdem trainieren wir zusammen und dann haben wir unseren Trainingsplan, sag ich jetzt mal, aufeinander abgestimmt und wir machen jetzt ein kraftfokussiertes Training und Nico konnte sich jetzt schon einigermaßen steigern in seinen Kraftleistungen. Wie viel warst du vorher? Ja, Bankdrücken, One Rep Max, vielleicht 60 Kilo, gerade so, jetzt bin ich bei 90 Kilo. Was habe ich Squats geschafft? Squats habe ich vielleicht, was weiß ich, 70 Kilo maximal, höchstens geschafft, jetzt bin ich bei 100 oder 105 vielleicht sogar. Deadlift, schwer zu sagen, da ist mit der Technik, mit sauberer Technik bin ich jetzt bei 120, 125 Kilo ungefähr, vorher war ich vielleicht bei 100. Und Overhead Press, da war ich vielleicht bei 40 Kilo, jetzt bin ich auch schon bei 60 ungefähr, ja. Ja, und nochmal, damit ihr das einschätzen könnt, das seht ihr vielleicht im Sitzen nicht so, aber Nico ist ein bisschen kleiner, naja gut, auch nicht wirklich klein, 1,78 und wiegt gerade, was? 73 Kilo. Ja, 73 Kilo. Bis vor drei Wochen habe ich noch 70 Kilo gewogen, bin jetzt in die Massephase übergelaufen. Ja, und also Nico wird in den nächsten Wochen und Monaten wohl noch sehr große Kraftzuwächse haben und das werden wir auf jeden Fall auch auf diesem Channel hier zeigen und, ja, weiß ich nicht. Genau, genau. Also Leute, macht's gut. Pssst.